Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal ein bisschen anders, nämlich so als Bildschirmaufnahme. Wir wollen heute einmal mit Adobe Illustrator CC 2019 arbeiten. Wie du siehst, kannst du hier meine Maus ganz easy nachvollziehen. Die Tastaturbefehle sind auch dann unten in der Mitte, werden die eingeblendet. Falls du nacharbeiten möchtest, gleich mitmachen möchtest auch und ich werde wirklich alles Schritt für Schritt erklären, damit wir hier zu diesem coolen Ice-Icon kommen werden. Der ist im sogenannten Flat-Style gearbeitet und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam und ich zeige dir, wie das geht. Ja, zuallererst einmal unter oder über Datei neu. Da legen wir uns eine rechteckige Arbeitsfläche an über neues Dokument. Na, hier. Genau, ich habe das hier schon eingestellt. 2,48 und 2,48 Pixel. Und der Farbmodus ist RGB mit 72 ppi. Das soll ja jetzt alles digital bleiben für uns zum Üben. Von daher lassen wir das alles so. Ich gehe auf erstellen und ich sage noch ganz kurz was zur Arbeitsfläche bei mir. Und zwar habe ich mir hier diese Leiste angelegt. Grundlagen klassisch nennt sich die. Wenn man hier raufklickt, da hat man einige voreingestellt, je nachdem, was bei dir jetzt eingestellt ist. Wenn du wirklich die gleiche Oberfläche haben möchtest, dann klicke auch am besten Grundlagen klassisch an und dann hast du hier das auch. Ansonsten werden wir natürlich hier mit unserer Werkzeugleiste arbeiten. Ja, wir wollen jetzt gar nicht viel weiter lange reden. Ich klicke hier auf meine Ebenen. Ja, ich habe jetzt hier diese Ebene. Ich mache mal ganz gern eine neue Ebene auf. Unten hier neben dem Löschen-Symbol, neben dem Mülleimer im Prinzip meine neue Ebene und die nenne ich einmal Eis. Kann ich erst mal wieder zumachen. Und ich gehe auf mein Ellipsen-Werkzeug bzw. mit der rechten Maustaste oder im Mac ist das mit der Control-Taste klicken. Dann mein Rechteck-Werkzeug oder auch das abgerundete Rechteck. Das ist jetzt erst mal egal. Ich zeige euch, wie wir die Ecken abrunden. Wichtig jetzt hier, wir nehmen einmal die Konturfarbe raus und suchen uns hier eine Farbe aus, die zum Eis passen könnte. Ich habe hier gleich diesen Orangeton genommen. Die Farbe können wir aber ganz leicht nochmal ändern. Das zeige ich dann auch gleich. Wir zeichnen uns erst mal ein Rechteck, indem wir hier unsere Fläche gedrückt halten. Also die Maus halten wir gedrückt und können dann hier unser Rechteck so ziehen, wie wir das gerne haben möchten. Zack, klicken. Ich klicke auf mein Auswahlwerkzeug und dann sieht man hier in der Ecke, wenn ich hier ranzoome, sieht man hier so kleine Punkte. Und dann, wenn ich da rüberfahre mit der Maus, dann ist da so eine Abrundung. Das heißt, wenn ich jetzt drücke, also ich klicke und ziehe und kann jetzt hier meine Ecken ganz doll abrunden, ganz wenig abrunden, je nachdem. Fürs Eis machen wir es so, na schon ein bisschen doller abgerundet, ungefähr so. Das können wir auch immer nochmal anpassen, wenn uns das nicht so gefällt. Und ich lege mir das erst mal in die Mitte, schaue mir das an, das sieht ganz gut aus. Dann mache ich weiter mit meinem Rechteckswerkzeug. Ich klicke hier einmal doppelt auf meine Flächenfüllfarbe. Ich suche mir jetzt hier einfach so einen Braunton aus. Ungefähr so. Hier könnt ihr euch gerne den gleichen Braunton, einmal den Farbcode abspeichern und einfach übernehmen. Und jetzt zeichnen wir uns hier den Stil, indem wir wieder halten. Wir können von der Proportion uns quasi so ein bisschen an den Stil auch halten, damit es proportionsmäßig hier ganz gut passt. Und wenn ich jetzt hier meinen Stil bewege, dann habe ich hier die Hilfslinien, die mir angezeigt werden. Solltest du nicht diese rosa Hilfslinien haben, dann kannst du einfach auf Ansicht gehen und hier intelligente Hilfslinien. Jetzt habe ich das Häkchen rausgenommen und das Häkchen einfach setzen. Und dann sind die auch drin, dann sieht man die auch. Das Rechteck ist ausgewählt und das möchte ich jetzt hier auch noch ein bisschen abrunden. Ich runde das aber ziemlich doll ab, also dass im Prinzip hier wirklich so eine einheitliche Rundung entsteht. Und kann das hier noch so ein bisschen reinziehen. Und schauen wir das jetzt mal an, wie weit es rausstehen soll. Jetzt liegt ja quasi der Stil noch auf dem Eis. Ich mache dafür meine Ebenen auf. Dieses Rechteck hier, das ziehe ich mir einmal nach unten. Beziehungsweise könnt ihr auch einfach, wenn es ausgewählt ist, dann mit der rechten Maustaste oder einfach bei Mac Control drücken und dann anordnen in den Hintergrund. Dann sieht das so aus. Und dann können wir uns das jetzt mal ein bisschen weiter anschauen. So ist das doch schon vollkommen okay. Und ich möchte jetzt hier noch die Struktur des Eis reinbekommen, indem ich mir hier wieder das Rechteck auswähle. Und ich suche mir ein dunkles Orange aus. Was halt dunkler als das ist, was ich schon habe. Ich zeichne mir wieder ein Rechteck. Das kann auch ein bisschen schmaler sein. Hier die Rundung mache ich wieder ganz rund. Und lege mir das hier einmal drauf. Jetzt ist es so, dass ich für die Windows Nutzer ist es die Alt-Taste, für die Mac Benutzer ist es die Optionstaste. Ich drücke die Optionstaste und klicke gleichzeitig mit der linken Maustaste und kopiere mir im Prinzip dabei gleichzeitig auch mein Objekt. Das sieht dann ungefähr so aus. Die Farben, die ähneln mir jetzt hier ein bisschen zu sehr mit dem Stil. Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie wir es umfärben können. Ich wähle mein Objekt aus, klicke hier auf mein Farbsymbol und kann jetzt hier zum Beispiel ein bisschen heller werden. Und suche mir jetzt hier das dunklere aus. Um den gleichen Farbton jetzt hier wieder zu übertragen, kann ich meine Pipette benutzen. Ich klicke auf das Pipettenwerkzeug und jetzt einmal die Alt-Taste oder Optionstaste halte ich gedrückt und dann nimmt hier die Pipette diese Farbe auf. Da klicke ich einmal auf meine Farbe, halte die Alt-Taste noch gedrückt, gehe auf mein zweites Objekt, was die Farbe übernehmen soll und klicke dann im Prinzip drauf und dann hat der es gleich kopiert. So, haben wir einmal die Farbe geändert. Ich schaue mir das noch einmal an. Dann haben wir hier unten so einen Schatten, den wir jetzt einfach hinbekommen wollen. Das mache ich so, indem ich mein Objekt hier, also den Stil, den ich schon gezeichnet habe, den kopiere ich mir einfach mal wie gehabt hier vorher. Dann dieses Objekt färbe ich einmal dunkler ein als die Stilfarbe. Ungefähr so. Jetzt zeichne ich mir in einer ganz anderen Farbe, die ist jetzt überhaupt nicht wichtig, die Farbe, einen Kreisrunden, also einen Kreisrundenkreis, einen Kreis, der, also einen perfekten Kreis, keine Ellipse, sondern wirklich einen Kreis. Und damit halte ich im Prinzip meine Shift-Taste. Das ist jetzt das Rechteck, was ich ausgewählt habe. Ich klicke nochmal rauf. Olypsenwerkzeug, genau, jetzt habe ich das Richtige ausgewählt. Dann halte ich die Shift-Taste und drücke meinen Kreis. Diesen Kreis werde ich jetzt hier einfach auf meinem Stil quasi draufpacken. Ungefähr so, dass hier eine schöne Kante entsteht, eine schöne Abrundung. Ich wähle mir beide Formen aus, gehe auf Pathfinder und nehme den zweiten Modus, und zwar vorderes Objekt abziehen. Und damit zieht er jetzt hier den blauen Kreis, der jetzt für uns wirklich nicht so wichtig war, sondern nur als Hilfsobjekt genommen wurde, den zieht er dann davon ab. Und kann dann hier meinen Stil, quasi den Schatten, draufpacken und den packe ich einmal noch drunter. Und dann sieht er hier aus. Und ihr könnt, also dann sieht er im Prinzip so aus, dann könnt ihr, also wenn ihr das jetzt verstanden habt, wie das funktioniert, im Prinzip mit dem Kreis auch so ein bisschen variieren, wie der Schatten hier draufliegen soll. Also wenn der Kreis hier flacher sein soll, dann müsst ihr den Kreis auch flacher quasi auf dem zweiten Hilfsstil platzieren. Und damit ist im Prinzip das Eis schon fertig. Ich habe hier noch eine Hintergrundfarbe genommen, und zwar einfach mit dem Rechteckwerkzeug und einem, das war so ein blau, ne, so ein Typ Kies, was ich hier verwendet habe. Also, aber eher so ein bisschen matter. Das probieren wir mal aus. Das lege ich hier einfach mal an. Klicke hier drauf und gehe anordnen in den Hintergrund. Und habe dann jetzt so im Prinzip mein farbiges Icon ganz easy erstellt. In Illustrator. Und ja, das war es halt im Prinzip tatsächlich schon. Was wir jetzt noch machen könnten, ist, dass ich hier einmal das Rechteck, da gehe ich mit dem, also, da klicke ich hier drauf, damit der Schlüssel angezeigt wird. Das heißt, es ist jetzt hier gelockt. Ich kann das jetzt hier nicht bewegen, nicht anfassen, nicht verändern. Und jetzt wähle ich alle Formen meines Kreises aus, indem ich hier einfach mit dem Auswahlwerkzeug einmal drüber fahre. Natürlich gehalten. Und kann jetzt hier einmal Command-G drücken. Und damit gruppiert er mir im Prinzip alle meine Objekte. Und ich kann jetzt das Eis hier einfach als ein Objekt verschieben und vergrößern. Ja. So, ich gehe mal wieder zurück und suche mir hier mit den Hilfslinien meine Schnittmenge, meine Mitte. So, jetzt gucke ich mal hier. Das ist nicht ganz... Hier, da hat er jetzt gerade... Da, die Mitte hat er jetzt angezeigt. So, und jetzt liegt das Eis wieder in der Mitte und ist gruppiert. Und jetzt könnt ihr im Prinzip damit machen, was ihr wollt. Und das soll euch einfach so als kleine Übung dienen, mit Vektoren zu arbeiten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.